Ich war von der Session 20. Ein Siegel für die Buchbranche. Dahinter versteckt sich ein Gender-Siegel eigentlich, weil das eine Initiative der Bücherfrauen ist, die die gerne realisieren möchten. Und wir haben die Session angeboten, um mal ein bisschen Feedback zu kriegen, wie das so ankommt. Haben positiv vermerkt, dass anscheinend die Frankfurter Buchmesse in diesen Themen schon gut unterwegs ist. Und da also einen Anknüpfungspunkt aufgezeigt bekommen, den wir gerne aufnehmen. Und haben mal so Kriterien an die Wand geworfen, die auch vom Familienministerium für so ein Siegel vorgeschlagen wurden, wie die Reaktionen da sind. Und ja, das Protokoll wird zeigen, was da jetzt alles bei rauskam.